Was passiert diesmal am großen Disney Junior Abenteuer Mittwoch? Zuerst gehen wir auf neue Missionen mit Welpenfreunde. Danach retten wir den Tag in neun PJ Masks Abenteuern. Und zum Schluss rasen wir ins Ziel mit neun Geschichten von Mickey und die flinken Flitzer. Seid dabei beim großen Disney Junior Abenteuer Mittwoch. Heute 16.30 Uhr auf Disney Junior. Jetzt geht's los mit Mickey Maus Wunderhaus. Gleich geht's los mit PJ Masks Pyjama Helden. Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Prinzessin Sophia. Als Sophia Tante Tillys Musikbox spielen lassen will, jedes Problem zu bewältigen ist. Wenn man sich ihm stellt, kann man es auch lösen. Noch mehr Geschichten mit Sophia die Erste gibt's auf Disney Junior. Reist mit euren Lieblingsfreunden an tolle Orte und erlebt spannende Abenteuer. Der große Disney Junior Abenteuer Mittwoch. Heute 16.30 Uhr auf Disney Junior. Jetzt geht's los mit PJ Masks Pyjama Helden. Gleich geht's los mit PJ Masks Pyjama Helden. Das Team in der Spielzeugklinik freut sich auf ganz viel Spaß mit tollen neuen Freunden. Da gibt's Umarmungen für jeden. Neue Geschichten mit Doc McStuffins. Heute 17.45 Uhr auf Disney Junior. Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Doc McStuffins. Doc und die Spielzeuge jagen im Gartenus in den Garten. Wieder einmal hat Doc das Wehwehchen geheilt. Noch mehr Geschichten mit Doc McStuffins gibt's auf Disney Junior. Macht euch bereit und spielt mit bei Wer hat's gesagt? Mit Elena und ihren Freunden. Also los, wer sagt? Zu dem will ich auch gar nicht gehören. Ich bin einfach nur eine Grundprinzessin. Und nochmal. Zu dem will ich auch gar nicht gehören. Ich bin einfach nur eine Grundprinzessin. Die Lösung findet ihr hier. Na, wer hat's gesagt? Zu dem will ich auch gar nicht gehören. Ich bin einfach nur eine Grundprinzessin. War das Matteo oder Elena? Das war Elena natürlich. Noch mehr Spaß mit Elena von Avalor und ihren Freunden gibt's hier auf Disney Junior. Macht euch bereit für neue, coole Superkräfte. Ja! Und einen coolen neuen Roboter. In neuen Abenteuern mit PJ Masks. Ja! Heute 16.45 Uhr auf Disney Junior. Macht euch bereit und spielt mit bei Wer hat's gesagt? Mit Doc und ihren Freunden. Also los, wer sagt? Die Klinik ist geöffnet. Und nochmal. Die Klinik ist geöffnet. Die Lösung findet ihr hier. Und nun? Na, wer hat's gesagt? Die Klinik ist geöffnet. War das Lemmy? Oder Doc? Es war Doc McStuffins. Natürlich! Noch mehr Spaß mit Doc McStuffins und ihren Freunden gibt's hier auf Disney Junior. Jetzt geht's los mit PJ Masks Pyjama-Helden. Den Weihnachtsmann und seine Weihnachtsfrau. Noch mehr Geschichten von Mickey Mouse Wunderhaus gibt's auf Disney Junior. Don! Va, va, va! Listo! Por las mañanas una misión. Activar modo misión. Plan, plan, plan! Vuelas hacia lo más alto. Sí. ¡Vamba! Enciende tus herramientas. Sí! ¡Vamba! Y comienza a explorar. Me toca ser una hermina. Prepárate para lo que viene. Por las mañanas, una misión. Puse por la misión. Los fines de semana desde las seis y media en Disney Junior. Ahora, Pijamask. A continuación, la princesa Sofía. Tienen los mejores movimientos y las mejores herramientas. Son Misión Force One. ¡Pete, no murra por el equipo! Misión Force One. Los fines de semana desde las siete de la mañana en Disney Junior. Bienvenido a un momento especial con la princesa Sofía de Disney Junior. Cédric ha conseguido fin. Cuando se cumplen tus palabras, a veces no son como imaginas. Mucho cuidado con lo que deseas. Sigue disfrutando de más momentos especiales. Y recuerda que puedes ver la princesa Sofía en Disney Junior. ¿Te gustaría tener un extra de todo lo que más te gusta? Montar en unicornio. Cantar con dragones. Rujir como un león. Navegar por el espacio. Conocer extraterrestres. Nadar con sirenas. Rodar por la hierba. Volar por las nubes. Reír con tus amigos. Tus amigos favoritos en historias extralargas. Llenas de todo lo que más te gusta. Especiales extra. Los fines de semana a partir de las diez y a las cinco en Disney Junior. Bienvenido a un momento especial con la princesa Sofía de Disney Junior. Sofía pone en funcionamiento la caja de música de un problema. Si puedes plantar cara, puedes solucionar todo lo que te propongas. Sigue disfrutando de más momentos especiales. Y recuerda que puedes ver la princesa Sofía en Disney Junior. Ahora, la princesa Sofía. A continuación, Mickey y los superpilotos. ¿Te gustaría tener un extra de todo lo que más te gusta? Montar en unicornio. Cantar con dragones. Rujer como un león. Navegar por el espacio. Conocer extraterrestres. Nadar con sirenas. Rodar por la hierba. Volar por las nubes. Reír con tus amigos. Tus amigos favoritos en historias extralargas. Llenas de todo lo que más te gusta. Especiales extra. Los fines de semana a partir de las diez y a las cinco en Disney Junior.